Ich war trotzdem auf andere Spieler. Ja, diesmal war ich irgendwie lang, aber keine Ahnung. Jetzt bin ich falsch. Ich war trotzdem auf andere Spieler. Ah, jetzt. Ah, man kann das mit Leer, das sagt, glaube ich, abbrechen. Das ist bestimmt auch ganz viel lustiges Zeug auf dem Weg dahin. Sieht so aus, wenn ich das schon sehe, dass ich eine Burg habe, eine komplette. Geil, ich auch. Sind die bekloppt? Au. Ich finde es echt eine doofe Idee, da stehen zu bleiben bei den Viechern. Ach, die Burg ist da schon so irgendwie kaputt. Aber auf den Hörbrenlanden ist das, glaube ich, nicht so. Nicht die Türme, wo die Gegner draufstehen. Oh. Ein Monument wird angekassen. Was? Wieso greifen die nämlich unten an? Kann ich jetzt niemand erklären, warum die mich unten angreifen? Nee. Ich hoffe, das machen bei mir nicht. Doch, machen sie. Aber wie? Ach, jetzt kommt die Warnung. Nett. Ach, na super. Durch das sie nur nach Osten oder Westen gehen können. Ihr könnt das Tor mit den magischen Torreglern umschalten. Sie legen fest, wer von euch sich in Angriffen stellt und wer vorstoßen kann. Allerdings ist die Magie des Tores instabil. Wenn es zu lange zu einer Seite geschaltet ist, zerstört es sich selbst. Das Tor ist eingerichtet. Der Westen steht für einen Angriff offen und muss verteidigen. Der Osten sollte an Boden gewinnen. Ich soll an Boden gewinnen? Ja. Hm, so sah es gerade aus. Was für ein Torumschalter? Hast du irgendwie was gesehen? Ich habe keinen Torumschalter mehr gesehen. Äh, du hast bei deinem Ding, hast du einen Torumschalter. Bei meinem Ding? An deinem Startpunkt ist er noch. Will ich gerade, versuche ich jetzt erst die Burg einzunehmen oder gehe ich jetzt erst eins weiter nach oben und suche dort mir das Artefaktor hin? Was auf Standardkanzel ist, glaube ich, ziemlich wurscht, wie du das machst. Komm, schneller, Leute, schneller. Deine Blatt. Achso, jetzt muss die ganze Burg zerstört werden. Oh, zum Kotzen. Ja, du musst jedes einzelne Teil zerstören. Okay, aber ich kann schon vorher bauen. Oh, das ist gut. Wirst du jetzt eigentlich angegriffen? Äh, momentan nicht. Ich bette mich gerade mit der Burg und habe alles verloren. Total super. Hey, man hätte doch gleich einfach nur einen Turm bauen können. Warum sagt mir das nicht gleich jemand? Oh, das war eine doofie Idee. Das ist auch zu nah. Verdammt. Oh, ich glaube, das hier ist gerade keine gute Idee. Oh, jetzt werde ich angegriffen. Wo kommen denn die immer her, ey? Ehrlich. Es gibt nur wenig bis gar keinen Sinn, wie die hier ankommen. Oh, jetzt werde ich angegriffen wieder unten. Cool, weil ich werde auch angegriffen. Das gibt es recht keinen Sinn mehr. Oh, das habe ich alles verloren. Aber du musst mal umschalten, ne? Das Tor ist umgeschaltet. Der Osten sollte nun verteidigen und der Westen muss an Boden gewinnen. Kann das sein, dass wir erstmal hier unten in der Mitte irgendwo leer bauen müssen? Wir müssen uns ja nicht mehr angreifen. Das nervt ja. Soll ich den für dich demontieren? Bereit halten. Ruhe. Langweilig. Stimmt, ich hatte eine Abreißkolonne, warum habe ich eh nicht für den Anteil anbenutzt? Verdammt. So, wäre es irgendwie schneller gegangen. Unten bekommst du wieder Besuch. Ach, Mann. Auto mal umschalten. Ich weiß nur noch nicht, warum ich angegriffen werde, obwohl nicht umgeschaltet ist, aber... Ich sage ja, das kommt ja unten von seinem Extra-Teil. Soll ich den für dich demontieren? Soll klar, kapfer und so. Glaub ich zumindest nicht. Guck mal, ob bei dir auch so einsteht. Ach, da komme ich nicht hin. Was für eins. Das da. Du jetzt gerade siehst hier. Disney, wie kann man markieren? Ach so, das. Ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit. Hallo. Ey, wie oft noch... Oh, ich werde jetzt gerade angegriffen? Kann das sein? Ja. Autsch. Ich will sehen, ob das noch was wird. Ich werde jetzt gerade ein bisschen zu langsam. Also deutlich zu langsam. Feuer, 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 Feuer. Ich will mein zweites Feuer haben. Episches Zerstören, Mann. Ich will gerade, kann ich in die Mitte gehen? Macht aber nicht so viel Sinn, oder? Scheiße, ich hätte mal Feuer nehmen sollen als zweites Monument statt Natur. Oh, ich bin so dumm. Ich habe ja... Oh, kacke. Wenn du das Radialicht, wo du sowas benutzt hast, hättest du Feuer nehmen sollen, ja. Wir haben jetzt gejoint. Hallo. Hallo. Na, Langeweile. Ne, ich gerade Feierabend. Okay. Scheiße, geht weg, Viecher, geht weg. Nein. Du musst jetzt mal umschalten. Du musst umschalten. Ich muss umschalten? Entschuldigung, dann schalte ich um. Ne, du musst umschalten. Du wurdest gerade angegriffen. Das Tor ist umgeschaltet. Osten verteidigt, Westen greift an. Abfangen. Ich überlege gerade, wo kommen denn die jetzt? Na, toll. Ich bin so dumm. Sag dir mal jetzt nichts dazu, ne? Ich habe mir auch gerade nur was gedacht. Was zockt dir Schönes? Bettencoach. Oh, oh. Das war eine doofie Idee. Hätte vielleicht nicht umschalten sollen. Das Problem hatte ich am Anfang auch. Ne, nicht die Falle umschalten. Ich habe in der Einheit den anderen Angriffmodus versetzt. Da kannst du weiter schießen. Und habe den Tower angegriffen, der da um die Ecke stand. Das meinte ich mit, ich hätte nicht umschalten sollen. Mein Monument. Oh, mein Monument hat überlebt. Ich fasse es nicht. Ich wäre schon suche, wenn das Monument überlebt. Das war nicht so einfach. Oh nein. Mach ich den gleichen Fehler nochmal? Wie dumm kann man eigentlich sein? Wie, ich sag nichts dazu. Wieso hast du jetzt nochmal kein Feuer gebaut? Oh, jetzt muss ich umschalten. Glaub ich, egal. Wir können das wieder machen. Ja, wir können wieder umschalten. Jetzt kriegst du aber angegriffen, ne? So langsam wird's. Soll ich verteidigen? Ich glaube, der sagt das immer genau. Fallform an, kann das sein? Nee, ich habe angegriffen. Aber bei mir kommt gar nichts, was ich verteidigen müsste. Und ich hol mir immer die Gegner zu meinem Zeug, ehrlich. Ja, das habe ich auch zweimal gemacht, Benni. Ich sage nur nichts dazu. Ach, den Fehler meinst du. Du weißt mir nicht, welche Fehler du meinst. Ich schaue dir doch nicht zu, was du machst. Ich weiß nicht, wer hat angegriffen. Ja, ganz oben. Was sagt ihr nochmal ab, dir gesagt? Battlefort. Battlefort. Ah, okay. Aua. Oh, was kommt denn hier? Alles angelaufen, plötzlich. Du bist einfach doch angegriffen, ne? Kann man so sagen. Ach, verdammt. Das hilft nicht gegen den Boden. Ach, Mann. Umschalten. Ich bin echt weit gekommen. Ach so, jetzt komme ich da nicht mehr durch das Tour. Deswegen kann ich nämlich gar nicht angreifen. Da ist jetzt so eine magische Barriere. Osten verteidigt, Westen greift an, hieß es jetzt gerade. Naja, und ich kann jetzt nicht angreifen, weil da jetzt so eine magische Barriere vor dem Ding ist. Das ergibt wenig Sinn, wenn wir angreifen sollten. Äh, wenn du angreifen sollst. Ähm, baue ich jetzt nochmal eine Tour? Brauche ich zu immer nach... Ach, ne. Brauche ich noch einmal Feuer? Ne, brauche ich... Ach, ne, es ist wurscht, was ich baue. Ne, ich brauche eine Tour noch einmal. Ich habe kein Zeichen des Schülers hier drinnen. Doof. Ah, ne, die können dich nicht angreifen, würde ich sagen. Weil die kommen gerade jetzt aus dem Tor rausgelaufen zu mir. Ja, du kannst aber durch das Tor durch, im Moment. Aber sie greifen auch nicht durch das Tor an. Ups. Ich glaube, ich bin einen Schritt zu weit gegangen. Die Gegner hatte ich plötzlich auch am Hals und dachte mir so, äh, scheiße. Ach, da oben ist ja noch eine... Boah, ah, ist ja auch noch zerstört die Army-Machtschreine. Stimmt, wir müssen dann Mora killen am Ende. Ey, wo lauft denn hier hin? Wo lauft denn hier hin? Ey, diese blöden Viech da. Geht los. Du musst nicht in die Mitte, du musst nach oben. Achso, okay, du gehst nach oben. Ich frage mir kurz 300 für mein viertes Feuer. Und jetzt, zum nächsten Mal, ich bin mir die Karte auf Profi. Ähm, nein. Das ist so unfair. Ich habe Einheiten, die können angreifen aus der Entfernung, wo kein anderer zurückschießen kann. Ich habe doch Zeit, oder? Mhm, das auf jeden Fall. So, die... Aber die greifen ja nur Bodeneinheit an. Ja, aber ich kann die komplett ein Gebäudes kaputt machen. Respektiert die Natur, sonst... Das ist immerhin mit automatischen Angriffen, ey. Das ist so schrecklich. Oh. Das sind auch keine automatischen Angriffe. Ey, das ist okay. Gut gemacht. Der erste Machtschrein ist zerstört. Aber gebt Acht. Mora wird außer sich sein. Macht euch auf Konsequenzen gefasst. Was ist denn das für ein Scheißvieh, was so übelst weit schießen kann? Das ist doch unfair. Hallo? Was noch? Wie weit schießen das Vieh? Zwielichttänzerin. Ist über die halbe Mech? Ja. Hunden! Hunden! Ein Monument wird zu spüren. Das wird schlecht. Das Tor ist umgeschaltet. Osten verteidigt. Westen greift an. Das war's. Auch der zweite Schrein ist zerstört. Vielleicht wird Mora jetzt auf uns hören. Er beschwört bereits weitere Zwielicht-Kreaturen herauf. Wir müssen ihn vernichten. Ernichtet, Mora, bevor er zu viele dieser unsäglichen Kreaturen heraufbeschwören kann. Oh, halt. Stopp. Ich brauch noch ne Bodeneinheit da oben. Ein Monument wird angegriffen. Was? Moment. Ähm, ja. Ey, wir greifen aber noch nie an, oder? Ne. Ich spür, ich spür gerade noch Kreaturen. Ich bin nur erst bei 79. Bei 44 wieder. Komm, mach schneller, Dovermacht. Schreib mit, Dovermacht. Ich glaube, Standard-Rean... Was, du kaltest an? Ich denke, wir greifen nicht an. Nein, nein. Wollte ich auch nicht. Die sind rausgekommen. Da rennt einer noch rein. Genau. Schon ziemlich scheiße. Wollen wir jetzt angreifen? Können wir von mir aus machen. Sie werden sich gegenseitig reanimieren, weshalb ihr sie auf einmal ausschalten solltet. Hab halt nur wenig Mana. Von mir trotzdem probieren. Da. Ruf. Sie werden sich gegenseitig reanimieren, weshalb ihr sie auf einmal ausschalten solltet. Ihr auf einmal ausschalten solltet. Auf hier. Alles was geht. Ist ja schon so gut wie tot. Nein. Nein. Gut gemacht. Morrass Schild fällt. Achtung. Er hat die Baumbestien erneut beschworen. Tot. Ich würde sagen, das war relativ einfach. Standort. Nein. Überhaupt nicht. Also gerade die Endcamps sind relativ so los an. Alles nehmen und rein. Genau. Aber mir reicht es erstmal. Ich höre auf. Aber lustiges Game immer noch. Ja. Mal wieder.